Hauptmann, drei Schildwachen auf den Wall, sechs Mann auf die Zugbrücke und jeder Mann, der sich der Festung nähert, wird es sogleich zu mir gebracht. Rocco? Ja, Herr? Wo sind die Depeschen? Hier sind sie, Herr Gouverneur. Gut. Immer Empfehlungen oder Vorwürfe? Diese Schrift kenne ich. Ich gebe Ihnen Nachricht, dass der Minister in Erfahrung gebracht hat, dass die Staatsgefängnisse einige Opfer willkürlicher Gewalt enthalten. Er reist morgen ab, um sie mit einer Untersuchung zu überraschen, wenn er diesen Florestan entdeckte, den er längst tot glaubt. Doch es gibt ein Mittel. Eine kühne Tat!